Moin Leute und was geht und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute habe ich wirklich krasse Investments für euch und zwar für PC, für Xbox, aber auch für die Playstation-Spieler unter uns. Und wir werden einfach ein bisschen allgemein auf den Markt eingehen, wie sich das Ganze in den nächsten Tagen zum Premier League Tots verhalten wird. Also wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch ganz gerne ein Like da und abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Für euch sind das nur zwei Klicks, für mich ist das eine unfassbar krasse Unterstützung und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, wir schnacken direkt ins Video durch. Ja Freunde, das Premier League Team of the Season steht vor der Tür, das heißt es wird am Freitag released und dafür werden sich einige Spiele aus der Premier League deutlich am Preis erheben. Und ich sage euch, welche Spiele das sind und die ganzen Preise für Xbox, PC und Playstation selbstverständlich. Ich habe einmal eine Liste für euch fertig gemacht mit PC-Preisen, Xbox-Preisen und Playstation-Preisen, wo einige Special-Karten aus der Premier League enthalten sind und diese Karten könnt ihr zu den Preisen kaufen. Natürlich werden jetzt nicht alle Karten, die hier in der Liste sind, auch zu dem Preis momentan verfügbar sein, aber im Laufe der nächsten zwei Tage bis zum Team of the Season Release am Freitag werden auf jeden Fall sehr viele Spieler hier die Preise erreichen, die ihr auch in der Liste seht und dann könnt ihr diese Karten perfekt einkaufen. Manche sind sogar schon 5000 Münzen günstiger als hier in der Liste, aber das spielt keine Rolle und derzeit könnt ihr trotzdem diese Karten einkaufen. Wir haben unter anderem in der Liste ein 86er Robby Keane, ein Martial Winter Wild Card, ein Tuancebe Winter Wild Card, Joe Gomez Ice Version und ihr seht schon, das sind alle Special-Karten aus der Premier League. Aber wieso sollten diese Karten denn jetzt eigentlich steigen? Wichtig zu wissen ist, dass wir keine zentralen Mittelfeldspieler als Special-Karten von der Premier League kaufen, weil da auch die Möglichkeit besteht, dass Premier League zentrale Mittelfeldspieler halt auch deutlich günstiger sein könnten, mal 150.000, mal 200.000 Münzen. Deswegen haben wir uns hier wirklich auf die Verteidigung, auf die Torhüter und auf die Offensive konzentriert, aber nicht auf die zentralen Mittelfeldspieler. Das Ganze ist sehr einfach und zwar denken sehr viele FIFA-Spieler, dass das Team of the Season aus irgendeinem Grund trotzdem ganz günstig sein wird und dann fällt denen auf, oh verdammt, die sind draußen und ich kann mir die nicht leisten, weil die sind verdammt teuer. Und dadurch kaufen sie wieder die ganz normalen Special-Karten aus der Premier League ein. Zusätzlich kommt es dann noch wieder, dass ganz, ganz viele Leute jetzt wieder auferstanden sind, um FIFA zu spielen und natürlich die Weekend League zocken. Dort werden einige von ihnen auf jeden Fall auch Premier League Team of the Season Karten als rote Player Picks bekommen und diese versuchen sie dann natürlich zu linken. Aber weil sie auch schon so eine lange Zeit kein FIFA gespielt haben oder allgemein einfach wenig Coins haben, werden sie auf jeden Fall auf diese Spieler wieder zurückgreifen. Und das heißt, jeder dieser Karten sollte wieder deutlich steigen, spätestens dann, wenn die Mehrheit der FIFA-Spieler die Weekend League Rewards abgeholt hat. Ihr müsst aber vorsichtig sein, denn es gibt einen einzigen Grund, wieso manche Spieler von diesen Karten sogar sinken könnten. Und das ist der Grund, wenn eine Karte von denen als SBC kommen sollte. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Tuancebe Winter Wildcard und Tuancebe kriegt ein Team of the Season als SBC. Das heißt, er ist nicht im aktuellen Team drin, sondern er ist nur als SBC verfügbar. Und dann wird diese Karte öfter abgeschlossen und Tuancebe wird als Winter Wildcard Version ganz stark wieder sinken. Da müsst ihr darauf aufpassen und deswegen müsst ihr sehr, sehr viele Spieler von diesen Karten kaufen. Also das heißt wirklich, baut eine richtig große Variation auf, kauft am besten jeden Spieler nur einmal, kauft die vielleicht jedes Mal nur zweimal oder dreimal, je nachdem wie viele Coins ihr zur Verfügung habt. Aber versucht auf jeden Fall das Risiko sehr groß zu minimieren, indem ihr mehrere Spieler kauft, weil es können nicht tausend SBCs kommen. Es kommen eins, vielleicht zwei SBCs zu einem Team of the Season Spieler aus der Premier League und so könnt ihr auf jeden Fall krasse Gewinne rausholen. Jetzt habe ich aber natürlich noch andere Spiele, die einfach so steigen werden. Unter anderem ist das Tomiyasu für 32.000 Münzen ist eine sehr gute Karte, denn wir haben den League bekommen, dass Saka als Objective erhältlich sein sollte. Und Tomiyasu ist sowieso in der Liste schon bei mir drin und diese Karte wird auf jeden Fall deutlich ansteigen, weil viele Leute auch den Saka machen werden. Einfach weil Team of the Season Objective sehr beliebt sind und den wollt ihr natürlich linken. Und Tomiyasu ist eine Karte, die sehr gut auf der Rechtsverteidigerposition ist. Zudem ist es auch wirklich so, dass wir in diesem Team of the Season sehr wahrscheinlich nur Trent Alexander-Arnold als Rechtsverteidiger bekommen werden. Und diese Karte wird bei 500.000, 400.000 Münzen sein, wenn ich schätzen müsste. Und das heißt, viele Leute werden auf diese Karte so oder so zurückgreifen. Das heißt, hier macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, wenn ihr den für 32.000 Münzen mitnehmt. Als nächstes Investment habe ich für euch Lars Unerstell. Das ist ein ganz, ganz kurzfristiges Investment. Das heißt, wenn ihr dieses Video vor 19 Uhr seht, könnt ihr da auf jeden Fall noch reingehen, wenn ihr diese Karte für unter 23.000 Münzen bekommen könnt. Ich habe die euch auf Instagram für 21.500 empfohlen. Wenn ihr solche Trading-Tipps auch nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mir da ganz gerne folgen. Ich antworte auch wirklich jedem, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt zum nächsten Spieler. Und das ist Fred. Fred ist meiner Meinung nach auch ein Spieler, der noch steigen wird. Aber momentan ist er noch etwas teuer. Sollte diese Karte in den nächsten Tagen auf jeden Fall bei 430.000, 440.000 Münzen landen, kann man diese Karte definitiv wieder mitnehmen. Ist sehr risikoreich. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Karte, sobald das Premier League tot draußen ist, um 100k steigen wird. Ist aber, wie gesagt, etwas risikoreicher. Die nächste Karte, die auch steigen wird, könnte Donny Funderback sein. Donny Funderback würde ich aber auch nicht für 54.000 oder 55.000 Münzen mitnehmen. Sondern auch diese Karte versuchen für knapp 50.000, 51.000 Münzen entweder zu snipen oder zu erbieten. Oder ihr wartet in den nächsten Tagen noch ein bisschen ab, bis das Tods released wird, dass diese Karte dann noch etwas günstiger sein wird. Und als allerletztes habe ich noch ein Out-of-Packs-Investment. Das sind Out-of-Packs-Investment, die in das Team of the Season kommen. Und deswegen sind die natürlich nicht in den Packs verfügbar. Und wenn SBCs rauskommen oder irgendwelche andere Sachen kommen, steigen diese Karten generell immer höher. Und eine Karte davon ist Virgil van Dijk. Virgil van Dijk für 30.500 Münzen ist ein absolutes Go. Kann man sich definitiv mitnehmen. Diese Karte wird auf jeden Fall steigen. Und da ist auch eigentlich gar kein Risiko mit dabei. Außer der kommt nicht in das Team of the Season Team. Aber das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like. Abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao. Ciao.